Der Preis errechnet sich bei mir nach Größe des Motivs, Detailstufe, also wie viele Details sind mit inbegriffen, plus Körperstelle. Manche Körperstellen sind schwieriger zu tätowieren, bedarf mehr Zeit, von daher diese drei Faktoren fließen zusammen und dann errechnet sich dadurch der Preis. Deswegen ist es auch wichtig, dass ich eingangs von euch diese drei Informationen bekomme, dann kann ich euch eine Preiseinschätzung geben und dann kann es losgehen.